Wer von Ihnen geht schon mal hin und wieder in die Sauna? Warum? Ja nun, einmal ist es natürlich gut für unser gesamtes Herz-Kreislauf-System, richtig. Aber wie fühlt sich Ihre Haut anschließend an? Genau, sie wird viel zarter und reiner, weil sich die Haut über das Schwitzen entgiften kann. Schwitzen ist also eine lebenswichtige Funktion des menschlichen Körpers. Und Forever Living hält es für leichtsinnig, solche natürlichen Prozesse einfach zu unterbrechen. Ja Ralf, aber entschuldige. Manche Menschen haben natürlich auch ein Sozialleben und da ist es nicht besonders angenehm, wenn man riecht wie ein Höhlenmensch. Forever hat deshalb einen Deostick entwickelt, bei dem man nicht mehr riecht, aber weiter entgiften kann. Denn das, was am Schweiß riecht, ist nicht der Schweiß selbst, sondern Bakterien, die sich auf der durchgeschwitzten Haut vermehren. Der Forever Aloe Evershield mit Artikelnummer 67 setzt genau da an und sorgt dafür, dass der Körpergeruch erfolgreich stoppt, aber der Körper weiter entgiften kann. Er verzichtet nämlich bewusst auf die berüchtigten Aluminiumsalze. Von denen schließen sich nämlich die Schweißporen komplett und der Müll bleibt im Körper. Genau genommen wird die Haut damit bei lebendigem Leibe gegerbt, wie ein Tierfell, das man an die Wand hängen will. Den Aloe Evershield kann man übrigens auch für Fußgeruch verwenden. Dann nehmen Sie aber einen gekennzeichneten zweiten Stick. So verbrauchen Sie dann etwas mehr, denn das passiert ohnehin kaum bei diesem Deostick. Er ist keine Mogelpackung und von oben bis unten gefüllt mit Deostick. So macht er dem Namen Forever Living alle Ehre und er hält oft über ein Jahr lang. Wenn Sie aber mit dem Evershield zum ersten Mal beginnen, nimmt Ihr Körper seine natürliche Entgiftungsarbeit wieder auf und bringt zuerst den gestauten Müll der letzten Wochen weg. Das kann einige wenige Tage dauern. Danach werden Sie merken, dass Sie auch weniger schwitzen, wenn Sie den Evershield einmal vergessen haben. Sie sind nämlich schon entgiftet. Ein guter Tipp, gerade bei empfindlicher Haut nach der Rasur unter den Achselhöhlen, ist übrigens die Vorbereitung der Haut mit dem Forever First Spray mit Artikelnummer 40. Fassen wir also die wichtigsten Vorteile noch einmal zusammen. Der Forever Aloe Evershield kommt ohne Aluminiumsalze aus, blockiert nicht das Schwitzen, verhindert die Bakterienentwicklung und erhält fast forever.